Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. In meinem Vortrag möchte ich zwei spezielle Themen im Zusammenhang mit der Bewährungsintegration beim Beton-3D-Druck ansprechen. Erstens die baukonstruktiv erforderliche Bewährungsführung bei wandartigen Bauteilen, sowie zweitens die Fertigungszeit, erforderliche Lohnstunden und die Bestimmung der erforderlichen Maximal-Druckzeit bewährter Betonstrukturen im Kontext der Wirtschaftlichkeit. Kommen wir zum ersten Punkt, der baukonstruktiven Bewährungsführung. Im aktuellen Entwicklungsstand versucht man derzeit mit vielen verschiedenen Methoden, Bewährung aus Bewährungsstahl oder aus Fasern, in der Betonmatrix räumlich automatisiert zu positionieren. Relativ einfach gelingt dies zwischen den Lagen in horizontaler Richtung. Dies wird jedoch nicht ausreichen. Vielmehr ist auch vertikale und schräg verlaufende Bewährung erforderlich. Dieser ganze Prozess ist sowohl eine technische als auch weiterführend eine genehmigungsspezifische Herausforderung. Die öffentlich-rechtliche Baugenehmigung von gedruckten Betonstrukturen kann zum einen durch die Einhaltung der einschlägigen technischen Normen, zum anderen durch Projektindividuelle Einzelzulassungen nachgewiesen werden. Dabei ist ersteres sicherlich vorzuziehen. Es stellt sich die Frage, ob die bewährungsspezifischen Inhalte der Betonnormen auch auf das Bauverfahren des Beton-3D-Drucks angewendet werden können und welche Bewährungsarten dafür erforderlich sind. Erlauben Sie mir vorweg noch einen kurzen Exkurs. Was viele nicht wissen, einfache, statisch hauptsächlich auf Druck beanspruchte Betonwände können grundsätzlich auch als unbewährte Betonwände ausgeführt werden, also ohne Bewährung. Hierzu gibt es Typenstatiken nach Eurocode 2 für Häuser geringer Höhe. Problematisch sind hier aus Sicht der Gebrauchstauglichkeit ausschließlich die zu erwartenden vertikalen Risse durchschwinden. Diese passen nicht in das Erwartungsbild unserer heutigen Qualitätsanforderung. Für gedruckte unbewährte Betonwände, beispielsweise im Vollwandquerschnitt, kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Zulassung auf Grundlage der Normen des Beton- oder Mauerwerksbaus erhalten werden. Zurück zur Bewährung. Zur Reduktion von Rissen sowie bei Knick- und Biegebelastung schreibt die europäische Norm verschiedene Arten von Bewährung vor. Einerseits ist dies die Oberflächenbewährung von Flächen und Rändern, auch Mindestbewährung oder Robustheitsbewährung genannt. Im hier dargestellten Bild ist diese Bewährung gelb hinterlegt. Diese dient der Sicherstellung eines duktilen Bauwerksverhaltens. Diese ist allseitig vertikal und horizontal anzuordnen und beträgt üblicherweise gemäß Eurocode vertikal 0,15 Prozent der Wandstärke. Bei einer zum Beispiel 25 Zentimeter breiten Wand ergibt sich ein Bewährungsgehalt von insgesamt 3,75 Quadratzentimeter pro laufenden Meter. Zum Beispiel beidseitig Durchmesser 6 aller 15. In der Praxis entspricht dies einer Lagermatte Q188. Horizontal sind 20 Prozent der vertikalen Bewährung einzubauen, wobei hier meist die zweite Art der Bewährung, die Schwindbewährung, maßgeblich wird. Nur in seltenen Fällen wird quer zur Wandfläche die sogenannte Querbewährung mit S-Haken angeordnet. Üblicherweise ist dies nicht erforderlich, wird aber bei der traditionellen Bauweise für die bessere Montage der Bewährung in der Praxis häufig eingesetzt. Als zweite Bewährung muss darüber hinaus zur Vermeidung der vorgenannten Schwindrisse in horizontaler Richtung im Bereich der unteren Wandfläche die sogenannte Schwindbewährung eingebaut werden. Bei einer 25 Zentimeter dicken Wand ergeben sich hier üblicherweise 6,7 Quadratzentimeter pro Meter, das heißt Durchmesser 8 aller 7,5 Zentimeter. Als dritte Bewährungsart ist die statisch erforderliche Bewährung bei Zugbiegezug und Querkräften in Form von Stabstahl oder Bügelbewährung zu nennen. Beispielsweise über Öffnungen bei Knickgefahr hoher Wände oder unter höher beanspruchten Lasteinleitungspunkten. Nicht selten schließt diese Bewährung über biegesteife Knoten in andere Wandbauteile wie Decken, andere Wände oder Bodenplatten ein, sodass dort sogenannte Anschlussbewährung eingebaut werden muss. Dabei besteht die Schwierigkeit, dass diese Bewährung in der Regel gebogen ist, größere Kräfte aufnehmen und in zwei Bauteilen gleichzeitig zu integrieren ist. Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass für niedrig beanspruchte wandartige Bauteile nach Eurocode eine vertikale Oberflächenbewährung von Durchmesser 6 aller 15 und horizontal von Durchmesser 8 aller 7,5 anzuordnen wären. Weiterhin ist der Druck der Anschlussbewährung zwischen zwei Bauteilen im dreidimensionalen Raum zu durchdenken. Neben der geometrischen Bewährungsführung schreibt die Norm auch die kraftschlüssige Verbindung der Bewährungsstäbe untereinander vor. Dabei sind das Schweißen, das Schrauben oder das Überlappen üblich. Im Kontext automatisierter Integration von Bewährung kommt bei Bewährungsstahl vor allem das Überlappen und das Schweißen in Betracht. Dabei ist zu betrachten, dass die Übergreifungslänge von Bewährungsstäben Durchmesser 8 bei höherfesten Betonen je nach Konstruktion zwischen 20 und 40 Zentimeter beträgt. Beim Schweißen muss beachtet werden, dass die Materialeigenschaften des Stahls nicht beeinträchtigt werden und das Verfahren auch unter Baustellenbedingungen umsetzbar sein muss. In diesem Kontext ist es zumindest aus heutiger Sicht nicht leicht, diese bisher bekannte Bewährungsstruktur mit einem Durchmesser von 8 mm im Rahmen eines Druckverfahrens automatisiert herzustellen und in die gedruckte Betonmatrix zu integrieren. Verlässt man bei der Nachweisführung als zweite Alternative den genormten Bereich, ist eine Einzelzulassung zu erwürgen. In diesem Fall wird man je nach technischer Machbarkeit Bewährung in der Betonmatrix integrieren und für die dann so entstandene Konstruktion die Tragfähigkeit bestimmen. Im Vergleich zur erforderlichen Tragfähigkeit ergibt sich die Zulässigkeit der Konstruktion. In einem späteren Vortrag werden wir über dieses Prozedere mehr erfahren. Ich möchte jetzt das Thema wechseln und nach ein paar Ergebnisse zur Fertigungszeit, zu Lohnstunden und erforderlichen maximal Druckzeit bewährter Betonwandstrukturen im Kontext der Wirtschaftlichkeit präsentieren. Wir haben an unserem Institut auf Basis von unterschiedlichsten Datenbanken die Bauzeiten und zur Herstellung erforderlichen Lohnstunden ausgewertet, die für die Herstellung wandartiger Bauteile erforderlich sind. Unterschieden wird dabei zwischen zwei konventionellen Bauweisen, klassische Stahlbetonwände und Elementwände, sowie zwischen zwei Druckverfahren, dem Vollwanddruck und dem Feinfilamentdruck. Grundlage war weiterhin ein typischer Grundriss eines größeren Wohn- und Geschäftshauses, wie Sie es hier auf der Abbildung sehen, mit 660 Quadratmeter Grundfläche und 600 Quadratmeter Wandfläche. Auf dieser Seite sehen Sie die Ergebnisse der Berechnung für die vier Herstellungsarten. Links in blau sehen Sie die konventionelle Bauweise, rechts daneben braun die Herstellung mit Elementwänden, grün der Vollwanddruck und rot der Feinfilamentdruck. Je Herstellungsart repräsentiert die jeweils linke Säule die Fertigungszeit ohne Aushärtezeiten in Stunden und die rechte Säule die Anzahl an erforderlichen Lohnstunden für die endfertige Herstellung von Stahlbeton wenden. Entscheidend für die Berechnung ist vor allem die Druckgeschwindigkeit. Hier wurde für den bewährten Vollwanddruck ein Leistungswert von 0,4 Stunden pro Quadratmeter bei einer 20er Wand angenommen. Dies ist aus unserer Sicht ein sehr konservativer Wert. Für unbewährte Wände ist derzeit ein Druck vom Vierfachen, also 0,1 Stunde pro Quadratmeter Wandfläche im Vollwanddruck umsetzbar. Bezogen auf die Gesamtbauzeit kann angenommen werden, dass die Herstellung gedruckter Stahlbetonwände beim Feinfilamentdruck mit nachträglicher Ergänzung von bewährtem Ortbeton unter Beachtung der eher konservativen Druckleistung annähernd gleich zur Herstellung von Elementwänden ist. Der Vollwanddruck wird infolge der angenommenen niedrigen Druckgeschwindigkeiten jedoch deutlich darüber liegen und vergleichbar zur traditionellen Wandbauweise für Stahlbeton sein. Jede Erhöhung der Druckgeschwindigkeit führt dabei zu einem besseren Ergebnis für den Beton-3D-Druck. Bezogen auf die erforderlichen Lohnstunden und damit Lohnkosten liegen beide Druckverfahren deutlich unter der schnelleren Wandbauweise mit Elementwänden. Für die Herstellung von bewährten Elementwänden werden pro Quadratmeter Wandfläche im Durchschnitt 1,1 Lohnstunden pro Quadratmeter benötigt. Die Herstellung beträgt ohne Beachtung der Aushaltzeit ein Viertel davon, also 0,28 Stunden pro Quadratmeter. Das entspricht ca. 15 Minuten pro Quadratmeter. Die hier fett dargestellten Werte, also 0,3 Stunden Gesamtfertigungszeit pro Quadratmeter, auf der Baustelle sowie ca. 1,1 Lohnstunden pro Quadratmeter stellen damit den zu erreichenden Zielwert für den 3D-Druck bewährter Betonwände dar. Damit bin ich am Ende meines Vortrages angekommen und freue mich nunmehr natürlich auf Ihre Fragen und eine angeregte Diskussion.